Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon... Opa, okay, alles gut, in meinem Spiel geht's gut, das hat nur kurz sich aufgehängt. So, in der letzten Folge haben wir versucht, die Mega-Entwicklung zu machen, was gar nicht funktioniert hat. Okay. Oh, es gab eine gefährliche Krankheit in der Stadt, wo ich letztes Mal versucht habe, reinzugehen, aber nicht durfte. Das hört sich ja nett an. Und dann haben die Kriminellen da ihren Stützpunkt errichtet. Cool, okay. Okay, alles klar. Man kennt es als Specter-Villa. Und man sollte da nicht hingehen. Okay, ich war nur aus Versehen da, das war gar nicht mit Absichten. Gut zu wissen, gut zu wissen. Wie komme ich denn da in die Höhle? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Höhle bestimmt wichtig ist. Was ist los mit den wilden Pokémon? Wir machen genau da weiter, wo die letzte Folge aufgehört hat. Ich kann nicht flüchten. Was ist los? Was ist los mit denen? Ja, dankeschön. Ich liebe Attacken, die fünfmal treffen. Das ist fantastisch. Vielen Dank. Das war eine schöne Erfahrung. Gerne wieder. Wow. Ähm. Hier, guck mal. Ich habe was zu trinken für dich. Guten Appetit. Na dann. Versuche ich mal, zu der Höhle zu kommen. Ah, da ist noch ein Trainer. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Habe ich denn da was Besseres gegen? Irgendwie habe ich nicht das Gefühl. Ein Psycho-Pokémon wäre gut. Ich habe nämlich gar nichts gegen Kampf-Pokémon. Das hat auch irgendwie genauso viel Schaden gemacht, wie ich befürchtet hatte. Ungut. Okay. Ah. Ah. Es ist hingefallen. Haha. Gerechtigkeit. Fallio. Oh, da hätte ich eine Flugattacke, aber leider hat die nicht steppt. Deswegen fürchte ich, dass das auch nicht wirklich was bringt. Ehrlich gesagt. So Attacken ohne Steps sind immer so... Kann man auch meistens lassen. Äh. Klasse. Ich dachte echt, ich bin schneller, muss ich sagen. Irgendwie hatte ich das erwartet. Ähm. Gut. Toll. Dreimal getroffen mit der blöden Attack. Es kommt jetzt auch durch die Verwirrung. Nein. Es kommt nicht durch die Verwirrung. Oha. Ich habe falsch vorhergesagt. Das ist doch mal positiv. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ah. Achso. Hammerarm. Danke dafür. Danke. Sehr freundlich von dir. Sehr freundlich. Was ist denn das? Ist das Kampfeis? Oder Kampfwasser? Oh nein. Walui ist verwirrt. Aber das ist ein Dauerzustand. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Autsch. Walui. Okay. Gut. Walui hat es hinbekommen in letzter Sekunde. Aber er hat es hinbekommen. Äh. Wir sollten, glaube ich, einmal das Team heilen. Das war erfolgreich. Guten Tag. Ist jemand in dieser Höhle? Oh. Da ist er tatsächlich. Der, den wir suchen müssen. Schengi. Plötzlich aufzuwecken könnte gefährlich sein. Was, wenn du dich davor setzt? Du fühlst dich leichter. Ja, von den halluzinogenen Dämpfen hier. Alles um dich herum verschwindet. Nur noch deine Gedanken existieren. Es ist so still. Du fühlst dich sehr allein. Na toll. Okay. Treffe ich Astrum hier? Ein Leuchtturm. Ah, Hauptsache Morlod ist dabei. Jetzt bin ich viel weniger allein. Oh, Krankenbetten. Ist das meine Mutter? Miri? Es ist... Bist du es? Miri, warum... Warum hast du mich vergessen? Warum hast du mich zurückgelassen? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Das war nicht schön. Warte, wo bin ich plötzlich? Alles okay, Miri? Du hast einen ganz schönen seltsamen Blick im Gesicht. So, als würdest du krank werden. Fühlst du dich krank? Komm schon, Miri. Es ist eine lange Zeit her, seit wir uns drei friedlich getroffen haben. Ha, nun, es ist gut, dass... Diese verrückte Maple zugelassen hat, dass du mit uns befreundet bleibst. Hey, Maple ist nicht verrückt. Sie hat ein gutes Herz und... Nur, dass du es weißt, sie gibt mir drei Gutscheine im Monat, dass ich alleine rausgehen kann. Und ich habe einen dafür benutzt, um hierher zu kommen. Ich hoffe, du kannst das auch wertschätzen. Wisst ihr was, Leute? Ich wollte euch was vorschlagen. Jetzt, da alles so gut läuft, wie wäre es, wenn wir in eine fremde Region reisen? Wir könnten in einer fremden Pokémon-Liga mitmachen und gewinnen natürlich. Hm, ins Ausland reisen. Dafür bräuchte ich jetzt wenigstens 15 Maple-Gutscheine. Ähm, aber an was für eine Region hattest du gedacht? Carlos, Carlos, ich wollte schon immer die Landschaft sehen, die Städte, die Bankmäler. Oh, und, äh, die, äh, Kulinarik. Wir sollten auch um unsere Mägen denken. Darüber nachzudenken. Ich denke, es könnte eine lustige Reise sein. Miri, ähm, du hast doch, äh, ein Buch über die Region der Pokémon-Welt oder sowas in deinem Haus, richtig? Wir könnten es uns ansehen. So eine tolle Idee. Damit können wir, äh, auch herausfinden, was die interessantesten Orte sind, an die wir reisen können. Los, wir warten auf dich. Geh nach Hause und hol das Buch. Irgendwas ist seltsam. Ich weiß auch nicht was. Ist das mein Zuhause? Anscheinend nicht. Ich kann keine Schilder anklicken. Ist das mein Zuhause da rechts? Wo ist mein Zuhause? Ganz links, glaube ich. Ah, das hier ist es. Ah, schon so lange her. Ich habe das Gefühl, irgendwas Gruseliges wird gleich passieren. Ich habe kein gutes Gefühl hierbei. Das ist bestimmt das Buch. Du hast den Pokémon-Weltatlas gefunden. Bestimmt werden ihn Gala und Mondanes interessant finden. Es ist viel zu friedlich. Dafür, wie die Halluzination angefangen hat. Ah ja. Genau das hatte ich befürchtet. Ähm. Oh, ist das wie die Welt aussieht, wenn Äh, Ungtena hier angekommen ist und alles zerstört. Apollo, hi. Du hättest meinem Plan vertrauen sollen, Miri. Siehst, sieh dir an, was aus der Welt geworden ist. Wo hast du uns mit deiner Ignoranz hingebracht? Du weißt das wahrscheinlich schon, aber du hast es nie verdient, dorthin zu kommen, wo du hingekommen bist, richtig? Ich habe dir ein Starter-Pokémon gegeben und ich ermutige dich, als der Herausforderer in der Pokémon-Liga anzumelden, weil ich Mitleid mit dir hatte. Dein Leben könnte nicht miserabler sein. Also, hey, musste ich doch etwas tun. All diese Arena-Leiter, die du besiegt hast. Deine kleinen Siege gegen die Bösen. Was, äh, denkst du nicht, dass ich die Fäden in der Hand hatte, damit du so einfach gewinnen konntest? Es war alles eine Farce, Miri. Siehst du das denn nicht? Du hast es nie verdient, so weit zu kommen. Und zu denken, dass jemand anderes mit mehr Talent und mit der es sich mehr Mühe gegeben hat, stattdessen an deinem Platz sein könnte. Das macht mich wirklich wütend. Es ist Zeit, dass du dich mit dieser traurigen Realität vertraut machst, Miri. Lass mich derjenige sein, der die ganze Sache beendet. Warte, jetzt muss ich doch gegen Apollo kämpfen. Was passiert hier? Das ist der Kampf, der ständig herausgezögert wurde. Und jetzt machen wir ihn, oder hat er nur Unctena? Er hat einfach nur Unctena dabei, ich sag's euch. Oh nein, er hat sein Vashak-Vill dabei. Okay. Level 88. Okay, was hat es damit auf sich? Mega Vashak-Vill. Natürlich. Wow. Warum ist es ein Hypogreif? Cool. Okay, alles klar. Das ist eine sehr coole Mega-Entwicklung, muss ich sagen. Das könnte auch Draches sein, oder? Aber es ist sehr langsam gecrittet. Es ist sehr effektiv. Sehr schön. Clever 90. Denkst du immer noch, dass du mehr bist, als du wirklich bist? Hör auf, dich selbst zu veralbern, Miri. Und außerdem? Ja, natürlich. Da ist jetzt Unctena. Du hast nichts, für das du kämpfen solltest. Deine Freunde, deine Pokémon, alles wird zerstört werden. Was passiert jetzt? Aha. Wer beschützt mich da? Astrem. Ich seh ja. Hm. Du bist kurz davor, Miri. Da ist Astrem. Du hast nur noch ein bisschen übrig, um perfekt zu werden. Um den übergeordneten Link zu bekommen. Du musst eins werden mit deinen Pokémon. So fühlen, wie sie fühlen. Es wird kein Gegner geben auf der Welt, den du nicht besiegen kannst. Aber ich hab nicht mal den normalen Link. Oh nein, ich hab einfach das ganze Spiel damit kaputt gemacht. Oh nein, indem ich vorhin die Mega-Entwicklung nicht hatte oder so. Das wär, das wär richtig Mist. Faszinierend. Die Geisterhöhle zwingt jeden, der darin meditiert, seine inneren Ängste zu durchleben. Und du warst in der Lage, sie zu besiegen. Sag mir, wer bist du? Miri, der Champion? Du wirst mich entschuldigen, aber ich verfolge die Nachrichten nicht wirklich. Und ich konnte dich einfach nicht zuordnen. Mein Name ist Chengi. Ich bin der Anführer des Trotador-Clans. Auch wenn ich die Wahrheit sagen muss, habe ich Zweifel, ob ich die Rolle gut erfülle. Wie auch immer, ich denke, du hast nach mir gesucht. Was möchtest du? Ich verstehe. Das Geisterfragment. Die einzige Quelle der Macht, die mein Clan im Moment hat. Ich verstehe deine Gründe, aber warum sollte ich sie dir einfach so in einer derart schwierigen Lage geben, wenn ich sie am meisten brauche? Aber du hast wirklich Stärke bewiesen, als du zu mir gekommen bist. Es wäre nicht fair, die Tür einfach vor dir zu verschließen. Also werden wir es in einem Pokémon-Kampf klären, denke ich. Ich bin stark, Miri. Auch wenn mein Geist mit Zweifeln gefüllt ist, bin ich wirklich stark. Rede mit mir, wenn du bereit bist zu kämpfen und wir beginnen unseren Tanz. Okay, erst mal speichern. Nicht, dass ich diese ganze seltsame Sequenz nochmal angucken muss. Das war äußerst wild. Die Story ist so wild. Hey, das ist gar nicht wirklich passiert. Das war nur ähm, das war nur eine Vision, also mein armes Morlord kann nicht wirklich down sein. Das ist nicht okay. Haben wir noch Übertränke? Haben wir. Sehr gut. Ich finde auch, Morlord ist nicht unbedingt der perfekte Start dafür. Aber wer ist besser? Keiner. Naja. Hi. Bereit für einen Kampf? Nun, dann lass den Tanz beginnen. Okay, auf geht's. Fünf Pokémon. Oh nein, das sind alles Kampf-Pokémon. Ich habe gar nichts gegen Triple Axel. Was ist das für eine Attacke? Gibt es die wirklich? Das hört sich so erfunden an. Ach, paralysiert. Perfekt. Au. Steinkante ist nicht perfekt. Toll. Dankeschön fürs Vollheilen und meine Paralyse entfernen. Dadurch fühle ich mich gleich viel besser. Ja, hätte ja eh nicht gereicht. Mist. Ich heiße Kampf-Pokémon. Ich habe gar nichts gegen Kampf-Pokémon. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh oh. Kumo, der Drache. Toll. Na toll. Drachentanz, der Drachen tanzt sich. Tut das doch nicht. Okay, es hat nicht gereicht. Er hat mich nicht gewonedited. Oh, und er hat Scha- Ha! Er hat Beulenhelm-Schaden und Paralyse bekommen. Perfekt. Statik und Beulenhelm ist eine witzige Kombination. Für mich, nicht für den Gegner. Was ist Falinks für ein Pokémon? Ah, ich erinnere mich an dich. Das ist verwirrt. Es hat sich selbst geschlagen. Das ist sehr gut für mich. Lucario. Lucario. Hm. Das ist ungeschickt so ein Lucario. Ich würde ja gern Feuer nehmen, aber leider ist mein Feuer auch Unlicht und das ist ein One-Hit, oder? Nein. Das wäre schön, wenn das ein One-Hit ist, aber auch nicht. Schade. Schade, schade. Na gut. Na, kriegen wir es weg? Kriegen wir. Ach, der hat noch mehr. Das Huhn. Oh, Mega-Huhn. Ah, gecritted. Morloth hat das Mega-Huhn aufgecrittet. Das ist nur gerecht, muss ich sagen. Ich finde das äußerst gerecht. Jedoch sicher auch. Ich bin sprachlos. Dein Weg zu kämpfen, die Liebe und die Loyalität, die du in deinen Pokémon erwächst. Wenn wir allein wenig von dir lernen würden, würden wir in einem Paradies leben. Das Geisterfragment gehört dir. Nimm es. Jetzt fehlen nur noch zwei. Auch wenn die zwei unmöglich zu bekommen erscheinen. Ich habe mich entschieden. Ich werde kämpfen. Ich werde nicht zulassen, dass der Trotador-Clan niedergemacht wird. weder von der Regierung noch vom Seseante-Clan. Zeit, ein paar Giftschlangen loszuwerden. Wir starten mit diesem Team Vulcanic. Ich warte auf dich in ihrem Versteck, Miri. Sie haben sich in einem alten verlassenen Dorf zurückgezogen, das man Specter-Villa nennt. Südlich von hier. Ja, ich war da schon aus Versehen. Das wird sicher wild. Na gut. Wir sollten definitiv heilen gehen, bevor wir dahin gehen. Nein, nicht so. Nicht so heilen. Ja, nein, so meinte ich das nicht. Ich habe es zwar heilen gesagt, aber nicht so. Ich vergesse immer, dass ich direkt vom Pokémon Center ausgesetzt werde und will dann zum Pokémon Center laufen, obwohl ich davor stehe. Was nicht gut ist. Das bringt nicht so viel. So. Das wird sicher wild. Ich hätte gerne das Kamerub. Das sah cool aus, was ich hatte. Aber ich fürchte, den Typen brauchen wir nicht, den das hat. Wobei, wir könnten vielleicht ein Duster ersetzen, wenn das auch Feuer ist. Das sieht ein bisschen nach Feuer Wasser aus, weil es so rot und blau ist. Keine Ahnung. Ich habe es bisher, glaube ich, noch nicht gesehen. außer gerade eben, also vor zwei Folgen, als es auf dem Dach stand. So, aber bevor wir dahin gehen, würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut und mirio. und mirio.